Was steckt denn Rassismus? Rassismus, was steckt dahinter? Wie bei fast allen Themen heutzutage wird auch das Thema Rassismus nicht konsequent, also immer weiter hinterfragt, um mal zu der eigentlichen Ursache zu gelangen. Kurzfristig ist es sicher hilfreich, Gewalt, die einen rassistischen Hintergrund hat, wie jede andere Gewalt auch, mit entsprechenden Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, zu beenden. Langfristig wird es jedoch nicht viel ändern daran, wenn wir Menschen weiterhin glauben, dass Glauben und der Glaube zu wissen, zu uns Menschen, dazugehört. Wenn wir weiterhin dieser Illusion aufsitzen, dass wir diese Persönlichkeit sind, die nur eine Ansammlung von Glaubereien ist, dann wird es auch weiterhin Rassismus und andere Streitigkeiten und Kriegereien zwischen Personen oder Persönlichkeiten geben. Alle Lieblosigkeiten, Streitereien, Kriege, Missbrauch, sonstige Absurditäten und Abartigkeiten entspringen immer der illusionären Persönlichkeit, die kein Mensch auf diesem Planeten ist, nie war und auch nie wird sein können. Es ist völlig unlogisch und muss deshalb eben auch geglaubt werden, dass wir Menschen diese Persönlichkeit sind. Die Aufrechterhaltung von dieser Wahnvorstellung, dass wir diese Persönlichkeit sind, ist unter vielem anderen auch die Grundlage für Bewertungen, Verurteilungen, Missachtung, Ausbeutung von Sklaverei, Missbrauch, Manipulation, vieles, vieles andere. Glauben hat eine riesige Tragweite, der an sich fast niemand bewusst ist. Sie finden hierzu auch einen Link auf der Präsenzmedizin Startseite, Informationen zur Glauberei. Und diese ganze Glauberei ist für das natürliche Menschsein absolut nicht erforderlich. Wie immer in der Präsenzmedizin glauben Sie mir nichts, überprüfen Sie das, beschäftigen Sie sich damit, hinterfragen Sie, schauen Sie selbst nach. Die Glauberei ist nur wichtig, wenn Sie Stress und Angst erleben wollen, sich mies fühlen wollen oder generell leiden wollen, was natürlich niemand absichtlich plant oder sich wünscht. Alles Leiden hängt mit der eigenen Glauberei, beziehungsweise in Kindheit und Jugend maßgeblich mit der Glauberei des Umfeldes und den zahlreichen lieblosen Folgeerscheinungen davon zusammen. Glauben ist zwingend erforderlich, um eine illusionäre, unterschiedliche Wertigkeit weiterhin aufrechtzuerhalten. Eine illusionäre, unterschiedliche Wertigkeit. Ohne die absurde Idee, dass es Menschen gibt, die mehr oder weniger wert sind als andere Menschen, ist Rassismus ohne Basis, ohne Boden. Es kann ihn gar nicht geben. Wir Menschen sind von Natur aus alle unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Körper, wir haben unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das ist völlig natürlich. Die konstruierte unterschiedliche Wertigkeit, die nur mithilfe von Glauben funktioniert, ist jedoch vollkommen unnatürlich. Wenn man jetzt versucht, weißen Personen beizubringen, sich gegenüber schwarzen Personen freundlich zu verhalten und umgekehrt, können zwar gewisse Verhaltensweisen erlernt werden oder auch durch physische Kraftausübungen kann da ein gewisser Waffenstillstand hergestellt werden. Aber zwischen diesen Persönlichkeiten kann es nie wirklich Frieden geben. Unglücklicherweise werden wir seit sehr langer Zeit immer zu Personen oder Persönlichkeiten erzogen, ausgebildet und formatiert. Und über die ganze Glauberei sind wir dann auch noch der Meinung, dass dies alles so seine Richtigkeit hat und angeblich zum Leben hier auf der Erde dazugehört. Die meisten Persönlichkeiten verteidigen auch heute noch die ganze Glauberei vehement, da sie die wahren Vorstellung für die Basis des Lebens halten und Angst haben, etwas zu verlieren. Ob es so ein großer Verlust ist, wenn Lieblosigkeiten aller Art, Stress, Angst, Gefühls- und Gedankenchaos, Partnerschaftsdesaster, Leiden ganz generell, Streitereien, Manipulation, Korruption, Kriege, Missbrauch aller Art, wenn das alles verschwindet, wie groß der Verlust davon tatsächlich ist, darf sich jeder mal für sich überlegen. Zwischen Menschen ist Frieden völlig natürlich und muss auch keinem Menschen beigebracht werden. Weil ohne die gesamte Glauberei, die völlig unnatürlich ist, Frieden einfach übrig bleibt und hier ist. Und ob es sich jetzt um Gewaltausübungen zwischen Weiß und Schwarz, zwischen Mann und Frau, zwischen Ost und West oder zwischen Kommunismus und Demokratie oder zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern handelt, es wird immer zuerst eine unterschiedliche Wertigkeit zwischen Personen, Persönlichkeiten und Gruppierungen konstruiert und diese Wahnvorstellung wird dann möglichst glaubhaft verbreitet und durchgesetzt. Die Persönlichkeit oder die entsprechende Gruppierung, die diese konstruierte, unterschiedliche Wertigkeit vertritt, erhofft sich dadurch in der Zukunft irgendwelche Vorteile. Der Vorteil jedoch kann nur, wenn überhaupt, zeitlich begrenzt sein. Dadurch die Glauberei immer eine scheinbare Trennung zu unserem natürlichen vollendeten Menschsein aktiv durch die Glauberei konstruiert wird. Jede durch Glauben konstruierte Persönlichkeit ist immer weniger als das natürliche Menschsein. Vor allem ist das Jahresdurchschnittslebensgefühl, also so mal wie man sich im Jahresdurchschnitt tatsächlich fühlt, von jeder wahnhaften Persönlichkeit immer schlechter als das natürliche Lebensgefühl von uns Menschen, welches uns zudem im Gegensatz zum mies fühlen überhaupt keinerlei Anstrengung kostet. Die Persönlichkeit ist wie jede Fälschung immer schlechter als das Original. Die Frage ist, ob wir weiterhin als schlechte Kopien oder Fälschungen als Fake in Lieblosigkeiten, Streit, Kriegen, Missbrauch und eben auch Rassismus leben wollen. Die Grundlage, dass Rassismus überhaupt stattfinden kann und die Grundlage dafür, dass Menschen herrschen wollen oder sich beherrschen lassen, ist die gleiche. Es ist immer der Glaube, dass Glauben und der Glaube zu wissen, für das Menschsein erforderlich ist. Nur dies ist ein extrem folgenschwerer Irrtum, wo Rassismus nur ein Ergebnis ist von unzähligen anderen Folgeerscheinungen. Es fängt bei Ihnen an. Es fängt bei jedem Einzelnen an. Und es hilft Ihnen gar nichts, wenn die anderen zuerst anfangen, die Illusion der Persönlichkeit zu durchschauen, denn es geht um Ihr Jahresdurchschnittslebensgefühl. Selbst wenn niemand außer Ihnen die Illusion durchschaut, werden Sie sich ohne Ende grundlos wohlfühlen, weil das natürlich ist. Wenn der Ihr Glaube, diese Persönlichkeit zu sein, der Vergangenheit angehört. Einige werden sich vielleicht nun fragen, wie geht das? Wie kann ich diese Glauberei für mich beenden? Alles, was Sie dazu brauchen, um die Illusion der gesamten Glauberei hinter sich zu lassen, finden Sie in dem Online-Studium grundlos wohlfühlen auf www.präsenzmedizin.de Vielen Dank. Vielen Dank.